Ah, endlich kommt mal wieder was zu essen rein. Ey, morgen. Ich hab heute mal wieder was geiles für uns. Hier. Oh, Chicken Wings? Alles klar, das kriegen wir hin. Jetzt kommt auch mal was anderes, was gesundes. Oh, da ist sogar Salat bei. Aber da ist Trief vor Fett. Und da ist es mit Soße getränkt. Ach, das ist auf einem Burger drauf. Und natürlich zum Runterspülen, das darf auch nicht fehlen. Und jetzt kommt ein bisschen Wasser. Ne, es ist Bier. So, und was fängst du jetzt damit an? Das Beste, was ich machen kann, ist Durchfall, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist. Und natürlich Magenkrämpfe. Ach ja, und am besten genau in dem Moment, wenn keine Toilette in der Nähe ist. Oh. Na gut, ich glaube, ich bin selber schuld.